Kraft und Inspirationsquelle, das ist der Schwarzwald. Nicht nur für uns, sondern für alle, die hier leben und uns besuchen. Mit der Verarbeitung regionaler Produkte im Hotel und in unseren Speisen setzen wir auf Nachhaltigkeit und Heimatverbundenheit, ohne zu vergessen, über den Tellerrand hinauszublicken. Gastfreundschaft wird bei uns nicht nur gepflegt, sondern jeden Tag gelebt. Denn am Ende zählt, dass sich der Gast wohlfühlt und sein Aufenthalt bei uns unvergesslich bleibt. Herzlich Willkommen im Hotel der Sackmann-Familie.